Wie oft der Spruch ist, wo man sagt, man hat zwei Leben, das zweite Leben beginnt, wo man checkt, dass man noch eins hat. Genauso was irgendwie da, dass ich kapiert habe erst, wenn ich wieder zurückgekommen bin, wie schön ist er eigentlich da. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020